Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge Dumm und Behindert. Tja, die Frage ist, wer ist dumm und wer ist behindert? Wir fragen uns heute aufs Neue. Also wir haben uns jetzt ausgemacht, jeder Spiel, der mal zwei Runden Kugelskiel. Äh, genau. Und, ähm... WUGHLab WUGH WUGH BAM!!! Ähm. Nein wir darfst noch mal zwei Runden tun. Ach so, noch jeder darf immer zwei Runden bfaßen Language. Ähm, da wollte ich gerade zeigen warum zwei Runden bestes sind, auch wenn man verkacken würde was wir eigentlich nicht tun. Dann könnte man immer wir ... Ja, genau. Sollten wir ein Special bei der sechsten Folge machen? Schreibt´s jetzt in die Kommentare! ich mag den holz dildos sehr gern da holz dildos gut schmecken ich bin zurückgepackt jetzt kommen noch meine zwei runden und dann ist auch die folge schon wieder vorbei ja leute ich will nicht sagen aber jetzt wird ordentlich mal ja von uns werden bittes sogar sehr oft gefickt aber halt immer härter und immer härter weil wir wollen ja dass die bittes auch freundlich verletzt werden der reißen sie einfach mit einem Messer das ist halt auch manchmal unser Hobby nicht immer weil wir haben ja auch nicht immer Bock die Kistel zu töten manchen alter alter der 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 hat der hat der Text ist sieht man so kann der schlagen also das ist ja diese Kategorie aber da kommt von hinten einer das sind Fäckchen Söder dann muss man schon sagen Fäckchen und diese Welt ist es doch schon das ist doch Wien oder die Map ist Berlin sie dann ist ja schon ich meine sehr egal also ich will schon gerne ein Team machen für diese Folge wir kennen uns ja mal in die Kommentare schreiben mehr mehr Zweck hat von uns bei mir schlechtes Geld aber als sonst wie mal die ganzen Kinder weinen die ganzen Kleine denken sie die werden gut wenn sie ein gefickt hätten aber abgefickt er war ins Arschloch hinein ein Nein der hat mir die die aber an der Schusser der schießen ich habe das finde ich gar nicht toll beim Nullo das ist wie lange zehn Jahre so ungefähr und der Tag fünf mal zehn Minuten ich fick den Typen nein nein jetzt Abstauber holen sollen Schauder war wollen nur wegen mir kleiner Funfact übrigens ich bin der BVP Postwix Master Gotteschanz statistisch der gibt den schwarzen strahlend weiße Zähne aber keinen Grund worüber sie lachen können kann man mal Lachen einfügen hextes waren Hextes und ja das war wieder die Folge dumm und behindert wenn ihr Daumen habt wenn nicht werden für euch abgeschnitten ja Leute ich würde schon sagen fünf Likes fünf Likes ja ok fünf Likes Ciao ihr Hurenkinder und bis gleich